Hallo meine kleinen Schasis, das hier ist Folge 150 von Jörn Schaas Feinden Podcast. Das hatte ich euch ja ganz lange versprochen, schon so. Und erstmal wollte ich euch sagen, wie unglaublich lieb ich euch alle habe und wie krass das so für mich ist, dass ihr hinter mir steht. Gerade jetzt so bei dem ganzen Hate, den ich bekommen habe in der letzten Zeit von manchen YouTubern. Und ich weiß genau, dass ihr immer zu mir steht, das hilft mir total, echt. Ich bin auch voll emotional gerade, wenn ich darüber spreche, so. Auf jeden Fall haben wir alle zusammen jetzt schon 150 Episoden von Jörn Schaas Feinden Podcast gerockt und so. Und das ist echt mega, auch wie sich mein Kanal entwickelt hat in den letzten Jahren, die ich das jetzt mache. Das ist auch voll der Hammer. Ich habe vorhin mal nachgeguckt und Alter, wir sind jetzt schon 5 Millionen. Und deswegen habe ich mir was ausgedacht, weil ihr gebt mir so viel und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, euch was zurückzugeben. Und deswegen machen wir ein Follow-me-around. Kommt einfach mal mit durch meine Wohnung. Sorry, wie es hier aussieht. Ich habe nur drei Tage Zeit gehabt, alles zuschauerfreundlich aufzuräumen. Hier ist das Wohnzimmer übrigens. Da chillt der Hund in der Sonne. Hammer süß. Hammer süß. Und wir gehen jetzt weiter, nämlich in den Keller. Und hier im Keller, da steht die große Überraschung. Huch, jetzt ist mir der Fernseher umgefallen. Naja, gut, aber der war schon echt alt. Also bestimmt dreiviertel Jahr oder so und auch nur 55 Zoll groß. Also groß, mit Tüdelchen so. Den habe ich damals für die Philips Promotion gekriegt. Aber ey, voll der Lauch. Der hat nicht mal WLAN und ist auch voll unhaltlich so. Wenn du mal im Bett einen Film gucken willst, ich nehme da lieber das iPad, weil das kannst du auch viel besser halten. So, jetzt sind wir schon hier, wo ich mit euch hin wollte. Hier steht ein riesengroßer Karton. Und da steht was drauf. Nämlich, mein Name und meine Adresse. Aber das meinte ich gar nicht, weil da steht nämlich auch das Coolste drauf. Und das ist so unreal gerade. So krass. Ich bin voll am Zittern. So aufregend ist das für mich. Weil es ist ja auch super wichtig für mich, wie ihr das nachher findet. Und ich hoffe so, dass euch das auch gefällt. Das wäre der Oberhammer. Echt. Okay, ich mache jetzt den Karton auf. So. Okay. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist echt zu krass. Ich mache jetzt super langsam, weil das echt unreal ist gerade. In dem Karton sind viele kleine Kartons drauf. Äh. Drinnen. Die sind da drin, natürlich. Und in diesen kleinen Kartons. Hier. Ich halte jetzt einen von den kleinen Kartons in meiner Hand. Das ist, oh Mann, ich komme voll nicht klar gerade. Ich freue mich so auf eure Gesichter. Da ist Shazilu drin. Mein neues Shampoo. Zusammen mit meinem Team habe ich ein Shampoo entwickelt. Das könnt ihr jetzt bestellen. Das kostet 12 Euro plus Versand. Und es ist so wunderschön. Ne. Mach mal auf. Hier ist so eine Flasche drin. Oh mein Gott. 500 Milliliter Shazilu. Und da kann man den Deckel so abschrauben. Und hier ist nochmal so ein Pumpdings. Das kommt dann oben drauf. Und wenn man da drückt, dann hat man einmal Haare waschen mit Shazilu in der Hand. Und das Tollste ist, das Tollste ist aber der Geruch. Es riecht so wunderschön nach, nach Wildkirschen. Und das, oh, das riecht so super. Schmeckt aber voll nach Seife, Mann. Also das dürft ihr auf gar keinen Fall essen. Okay, jetzt zeige ich euch noch was. Weil es gibt Shazilu nämlich auch zu kaufen. Bei Rossmann so. Ich habe auch schon die erste Flasche gefunden. Und das klang so. Oh, krass. Krass. Ich bin jetzt auf dem Parkplatz vor Rossmann. Und ich glaube, es ist irgendwie vorher rausgekommen, dass heute Shazilu in die Läden kommt. Weil, ihr hört das vielleicht im Hintergrund, hier ist eine Riesenmenschenmenge. Und hört ihr, was die schreien? Shazilu, Shazilu. Ich drehe völlig durch. Und ich habe so ein bisschen Sorge, wenn die mich erkennen, dass ich dann überhaupt gar nicht dazu komme, mal für euch zu gucken, ob im Laden noch eine Flasche übrig ist. Deswegen muss ich mich hier schnell maskieren. Moment. Ich mache das inkognito. So. Warte. Und ich mache euch auch natürlich ein Foto. Okay. Ich glaube, mit der Verkleidung kann ich reingehen. So krass. Okay, ich bin jetzt im Supermarkt. Das ist voll so ein bisschen versteckte Kameramäßig. Und jetzt muss ich hier erst mal reingehen in den Laden, in den Rossmann rein. Und jetzt muss ich mich einmal... Ich glaube, mein Kostüm ist gut genug. Die haben mich, glaube ich, noch nicht erkannt. Ich bin so aufgeregt. Hier noch in das Regal mit den Shampoos. Oh mein Gott. Da ist Shazilu. Im Regal mit den ganzen anderen Shampoos. Das ist der Hammer. Wahnsinn. Ach, weißt du was? Ich glaube, ich kaufe einfach eine Flasche. Und die gibt es handsigniert. Oh ja, das ist gut. Eine Flasche Shazilu handsigniert von mir schicke ich euch. Schicke ich dem ersten Besteller. Und kostet nichts extra. Zwölf Euro plus Versand. Und ich habe noch eine super Überraschung. Das erzähle ich euch aber, wenn ich wieder zu Hause bin. Weil ich glaube... Oh, ich glaube, mich hat hier einer erkannt. Oh Mann, das war so... Das war so crazy mit euch in den Supermarkt. Ich bin schon wieder zu Hause. Und Frau Hund kommt auch. Die freut sich auch total, wie super das war. Ich habe das eben schon erzählt. Mich hat echt jemand erkannt von der Menge von Leuten, die in dem Supermarkt auch waren, um Shazilu zu kaufen. Und das war total krass, wie wir uns... Also, ihr habt es ja gehört. Ich habe euch ja diesen kleinen Einspieler das ja auch drin gelassen. Es war so krass. Es war so krass. Und so toll, diese Liebe zu spüren, die ihr für mich habt, meine kleinen Shazis. Und deswegen... Ich habe es schon angeteasert. Es gibt noch eine Überraschung. Und zwar ist die hier. Ich mache mal mit der Tüte. Ich glaube, ihr wisst schon, was es ist. Genau. Es sind Buttons. Kennt ihr noch Buttons? Die gab es früher. Hat man sich die so an die... Mit so einer Nadel... Hat man sich die an die Kleidung gemacht. Und die kommen wieder. Die sind voll im Kommen. In Pockform. Und ich habe Buttons für euch. Und zwar sind die wunderschön. Ein Zweier-Set. Auf dem einen ist ein Herz drauf mit meinem Shazen-Logo. Und da steht drauf, ich bin ein Shazi. Und der ist weiß. Und der zweite Button, der ist gelb. Und da steht drauf, und du bist es nicht. Damit ihr immer allen zeigen könnt, dass ihr ein Shazi seid, gibt es jetzt bei mir diese Buttons. Die könnt ihr auch bestellen. Zweier-Set kostet 4 Euro plus Versand. Ich bin so auf eure Gesichter gespannt. Schickt mir auf jeden Fall eure Selfies mit den Buttons, wenn ihr die habt. Das ist so cool. Ich habe voll Bock drauf. Und ich freue mich drauf, einfach zu sehen, ob euch das gefällt, wie euch das gefällt. Und ich hoffe, dass ich euch damit einfach ein bisschen was so zurückgeben kann. Für die ganze Liebe und die ganze Kraft, die ihr mir so schickt, weißt du, mit euren... Das ist so wunderschön einfach. Ich weiß einfach, ihr seid immer bei mir. Egal, wie dunkel die Nacht ist. Meine Shazis sind immer da. Und das ist so schön. Da werde ich gleich wieder ganz emotional. Das war es wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt bei meiner kleinen versteckten Kameraaktion. Und diesen ganzen verrückten Sachen, die in meinem Leben passieren, dass ihr da mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf den Daumen nach oben. Oder schreibt mir was in die Comments hier unten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ich liebe euch alle. Tschüss. 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 Tschüss.